Das war jetzt der typische Fehler oder Fall, dass dir die Arme über die Knie gerutscht sind, weil dann kriegst du das nicht gehalten. Du musst diese Päckchenposition länger halten. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Angie. Ich befinde mich gerade in Konstanz-Wallhausen und hinter mir ist die Wilde Flotte, eine Wassersportschule mit vielen Wasserattraktionen. Die Voraussetzung für den Wassersport, speziell Wayport oder Wasserski, gibt es keine. Man hat natürlich einen klaren Vorteil, wenn man zum Beispiel Skifahrt oder Snowboardet. Ich habe schon Angst. Festschneide. Jetzt ist es geholfen! Oh Gott! cool ich bin fertig bin aus dem wasser draußen das hat mir mega viel spaß gemacht lasst gerne die kommentare drunter macht's gut